bridge to another world verlorene träume wir sind jetzt gerade hier ein bisschen am rumrätseln wo wir hin müssen aber ich habe doch schon so verschiedene ansätze oder gedankengänge wo ich mal gucken muss wie wir weiterkommen können wir hier was machen ja mit dem magischen fade können wir hier was machen gut jetzt haben wir hier eine uhrzeit und ein stück von der hälfte eines glockenwappens gut ja uhrzeit haben wir jetzt so was muss ich jetzt wohin ich habe doch eine karte da kann ich doch gucken hier muss ich jetzt bestimmt die uhr einstellen geht doch jetzt habe ich nächste andere hälfte aber wo brauche ich das und ich kann hier was tun ich kann da was tun ich hier was tun ach so ja das war das die hälfte davon aber mir fehlen noch die beiden spitzhacken hier müsste ich nicht da was rein tun das müsste ich einschmelzen das heißt ich bräuchte was zum schmelzen ich hier das drauf tun oh ja das wird hier gebraucht okay hier brauche ich dann noch sachen karte da habe ich alles fertig jetzt muss ich hier machen hier was drauf tun hier oben ist der vogel der bringt meine viel ist die hier was dran tun aber was geht nicht mir fällt es nicht ein hier ist doch das was ich gebraucht habe sehen wir da einmal zweimal finde das passende gegenstück zu den leuchtenden glocke finde alle paare um im minispiel zu lösen die hier oben die sind so ganz verbeulter so wie sie um das neue aufgetaucht das ist schon fies das der neue akum die drehen stand und wenn dann zu anderer glocke ja okay umso besser jetzt haben wir die wo aus hier wie so lampeschirmen wir haben wir hier ohne das ist ja eigentlich alles ziemlich einfach einfach nur so durchdrücke jetzt haben wir alle jetzt haben wir drei note gekriegt okay die haben wir aufgeschrieben hatte wir müssen noch was machen was haben wir dann jetzt aufgeschrieben was mag die reihenfolge aus ok oje man möchte ich nicht diesen sau laute dinge ok ich glaube das ist der große bruder von obbe ok der hat es auch überlebt stück der namenstasel namenstafel passiermesser goldmünze mal spachtel rosenkranz teekanne tanzpaar porträt brosche krone laterne und kette hier haben wir die hier haben wir ein tanzpaar dort ist das andere mal spachtel ok kette brauche ich noch die hier aber da fehlen noch teile dran wenn wir immer das tun das dran dann fehlt nämlich nicht mehr so viel rosenkranz das wird der hier sein wird man halt noch was ist roche laterne ah da kann ich auch noch aufmachen hier haben wir noch ein bisschen jetzt haben wir den rosekranz das rasiermesser als barber messer ist also mit so einem ding möchte ich mich nicht rasieren also ich habe jetzt schon angst dass ich mir den kopf abschneiden aber mit dem ding würde ich mich wahrscheinlich definitiv umbringen so eine laterne dies hier was haben wir denn hier porträtkrone kette irgendwas müssen wir hier noch machen aber okay wir kommen noch so ob ich hier rumfahren die teekanne muss halt natürliches saubere sind ist klar so die krone haben wir auch gefunden aber nur noch kette porträt und maler spachtel ist dann die spachtel ah da ist die spachtel vergessen sie mir dass sie so ganz kleine dünnie feine spachtel ist wo sie also immer ein bisschen mit der farb aufgerät haben porträt bin ich schon ein porträt also porträt irgendeine kette haben wir doch alles so das stück habe ich auch schon irgendwo fehlen gesehen das war glaube ich in dem mine er da nicht im sockel von dem typ da genau und kreide wir können wieder was machen ich verstehe es gerade nicht so ok fahre mit dem zeiger über die sechsecke bis sich vollständige bilder gibt ok ich könnte nicht Na komm An der Seite Ich brauch Ja genau Äh ne da musst du flicke hin glaube ich oder? Ja Passt Muss nur noch gucken dass ich das doch reinkriege Ja jetzt passt es doch haben wir noch Kaffee nehmen wir haben keinen Kaffee so Mist Okay das Rätsel hätte ich jetzt auch soweit jetzt kann ich dem da hinten helfen denke ich Mal gucken ob ich ihn befreit krieg Kommt rein verbrennts Boah Gut Ahh Wir haben es geschafft! Seit dieser Verrschung der Verrschung haben, die Leute angefangen haben zu verlassen. Ich sollte auch sagen, aber ich glaube, dass der Mann das Herz der Könntess könnte. Insofern, sie hat eine Verrschung für die Schmerzen. Sie hat diese Verrschung in einem Dungeon, um Menschen wie ich, into... Monsters. Okay. Mein Freund Willow könnte wissen, wo die Könntess ist, Dorian. Sie leben in einer Hütte über dem Schwamm. Das sollte man sie finden. Okay. So, da haben wir schon mal einen Teil. So, kann ich Schnellreise machen? Oh, wir können hier noch was tun. Äh... Ja, aber ich könnte... Ah! Uh, gefunden der Schmuck. So, jetzt können wir aber hier weg. Jetzt können wir nicht. Wir können immer noch was hier machen. Ah, okay. Ich kann hier... Und... Weil da hinten dran ist was, aber ich komme da nicht so dran. Gut, da komme ich nicht dran. Ach, guck mal an die eine Figur. So, jetzt können wir eins zurück. Kann bestimmt noch das Gold hier einschmelzen. Ja, wie... wie erwartet. So, jetzt muss ich aber zurück in das Häus hier. Ist das? Ja, das ist das. Genau, hier kann ich nämlich den Formschlüssel machen. Genau, jetzt habe ich den Formschlüssel. Und hier muss ich die eine Figur noch draufstellen. Aber da fehlt mir immer noch eine Figur. So, wir müssen in den Wald dahin. Weil der eine Truppe, der spielt schon Flöte. Ach, guck mal an. Schon kommen die Steine wieder hinten raus. Okay. Äh... Ist das hier was? Ne. So, dann gucken wir mal, wo was mit der Hähne... Ah, okay, da hat er ihn mit Farben geholt. Ja, okay, fangen wir mal hier an. Oh. Voll mit Schlange. Frisst der die? Ne, der frisst die nicht. Okay, ich muss doch nicht in die Schlangerin gehen. Okay, ich muss doch nicht in die Schlangerin gehen. Mh... Der verfolgt mich. Okay, das muss nett sein. Da fällt auch noch was. Aber ich glaube, das Gewei will da dran. Okay, hier gefunden. Frostabzeichen. Dann gucken wir mal, ob wir hier in die Hütte kommen. Oh, hier liegt eine Hauptfigur rum. Ah, hier sind die... äh... Zweibungen erbrauchen. Äh... Oh, hier haben wir wieder was zu suchen. Dann... Reifumschlag, Tannenzapfen, Flasche Wein, Traumfänger, Bienenwabe, Kuckuck, Perücke, Armreif, Schlossschuhe, Raupe und Fisch. Gut, der Dreamcatcher hat meistens immer Federn dran. Hier ist eine Wabe, da ist der... Kann ich das in irgendeiner Flasche tun? Ist das einfach so? Ne, das muss gequetscht werden, denke ich. Gut. Äh... Rebe. Also hier haben wir ja ein paar Brücke, aber die sieht noch ein bisschen arisch zuckelig aus. Also ein Teil vom Dreamcatcher haben wir ja schon mal. Gut. Die Raupe. Deinen Nahten. Ah, guck mal, da haben wir noch eins. Ah, das habe ich gesucht für die Verrücke. Da müssen wir mal gucken, also... Die Glocke. Der Armreif. Ah, okay, das kann in die Flasche rein. Und dann machen wir das hier drauf und dann haben wir eine Weinflasche. Haaaah. Wenn es so einfach wäre. Hier fehlen auch noch Sachen drauf. Gut, hier haben wir acht. Äh... Schloss. Wo ist der Fisch? Kuckuck. Kuckuck. Brauchen wir noch ein Schloss, das hängt ja hier. Die Schuhe habe ich auch schon gesehen. Also die Schuhe. Eine Tannenzapfen, da müsste die irgendwo hier rumliegen oder Hänger oder so. Da haben wir noch für den Dreamcatcher was. Hä? Muss ich jetzt wirklich jede einzelne Feder suchen? Oh Gott. Ja, die Beamwahl ist hier, aber die kriege ich so nett ab. Da muss ich... Da muss ich... Da... Da... Ganz vorne anliegt wieder die Tannenzapfen. Das ist so nett. Alle Traumfänger kann ich schon auch klicken. Das war's schon. Okay. Okay. Der Briefumschlag muss noch gemacht werden. Mit Honig fängt man fliegen. Mit Honig fängt man fliegen. Das klappt auch hier. Wie kriege ich das? Also irgendwas muss ich hier mit tun, aber ich weiß noch nicht was. Ich hab's ja gut gedacht. Ah, okay. Hier war der Brief versteckt. Ich muss das... Gut. Mit Honig fängt man fliegen. Ich muss die Biene weg... Start. Äh. Was will die Biene? Die Biene will doch Blumen. Und... Dass die aber alle klein da hingehen. Weißt du? So... Okay. Wir haben eine Kuckuck gefunden. Was haben wir hier an der Tür? Da fehlt was drin. Aber ihr seid mir nicht böse, wenn ich also mehr Schnellreise mache. Weil... Ich möchte halt nicht jedes Motor oder Wilde machen. Bis ich irgendwo ankomme, wo ich was brauche. Also... Deswegen... Ich geh dann meistens hier... Schnellreise. Hier können wir ins Glocke tun. Aber ich will erst hier hin. Weil... Wir haben ja die... Und wir haben eine Maske bekommen. Schnellreise. Wir gehen zum Glockenturm zurück. Weil... Wir haben ja das Briefsiegel. Ein Brot. Willst du Brot? Magst du Brot? Hast du Brot? Hast du Brot? Nichts Brot? Nichts Brot. Oh, wir haben hier wieder Wimmelbildspiel. Was ist an Themen schon? Wir sind noch hier. Spielkarte. Löwenkopf. Löwenkopf habe ich auch schon gesehen. Und Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Komisch. Also Spielkarte habe ich schon gesehen. Schädel ist klar. Das ist der hier. Wo ist jetzt dem Sakifa abgeplüpft? Vorhin war er noch da. Also sind die Spielkarte. Messe. Müssen wir auch noch zusammenkleben. Oder basteln besser gesagt. Der Schwan. Der sterbende Schwan habe ich auch schon gesehen. Das ist der Kiefer von einem guten Kerl. So. Jetzt haben wir den Schädel. Äh. Pilze. Ähm. Hm. Ich weiß nicht. Pilze. Jo. Ring habe ich auch schon gesehen. Der da oben gelegen. Sorry. Vorbeigeklickt. Zahnrad. Haben wir auch. Messer muss ich mal basteln. Kreis. Haken. Haken hatte ich doch auch schon gesehen. Haken hatte ich doch auch schon gesehen. Vorhin. Wo ist der Wahnsinn denn jetzt hin versteckt? Ah. Da ist der Hake. Was kann ich hier mitmachen? Kann doch bestimmt irgendwie hier mit Blödsinn machen. So. Schwan hatte ich doch auch schon gesehen. Da ist der Schwan. Löwenkopf. So. Jetzt brauchen wir nur noch Kreis. Messe ohne Frosch. Ich glaube mit dem kann ich irgendwo einen Frosch holen. Nicht der sagt er mit ohne Uff. Aber ne. Irgendwo muss hier das Ding da dran. Das da. Ah. Okay. Ich sehe es gerade. In seinem Gerippe ist es Messe. Autschen. Nicht? Ja. Dahin ist der Frosch drin. So. Jetzt muss ich nur noch Kreis finden. Also das da sieht aus wie Kreis. Äh. Das da ist zwar ovaler Kreis. Ist aber Kreis. Da ist ein Kreis drauf. Oh. Okay. Jetzt haben wir auch der letzte Frosch. Gucken wir mal. Dass wir. Oh. Wir können hier noch was tun. Was können wir denn hier noch tun? Können wir hier. Das bringt ja alles nichts. Was. Ich hier was übersehen. Achso. Ja. Da muss ja gucken. Jetzt habe ich. Unten lässt. Gut. Wir wollen hier wieder zurück. Wo ist es? Da wollte ich hin. Aber jetzt habe ich noch den Frosch. Stelle alle Statuen an die richtige Stelle. Ordne die Symbole an. Okay. Hier war Quadrat drunter. Hier ist ein Dreieck. Hier muss das Ding drunter. Dann muss das so hin. Dann muss das so hin. Gefunden. Ei. Ei. Kann ich hier was tun? Was auch mit dem Ei? Nö. 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 So. Dann gehen wir mal weiter. Wir haben hier noch was zu tun. Und hier was zu tun. Die Maske habe ich gesehen. Da. Da muss die Maske rein. Dann habe ich Marionettenkörper. Okay. Das ist wieder eine Marionettenkörper. Wo dann später noch was da hängt. Dann kann ich das Ei. Rot. Guck mal an. Das. Aus gezeichneten Gründen. Der Schlangenkopf. Was habe ich hier? Angelschnur. Ah. Das brauche ich für die Marionette. Denke ich. So. Jetzt können wir eins zurück. Hier. Wie kriege ich das jetzt raus? Kann ich nicht abschlagen. Das geht auch nicht. Irgendwas muss man hier noch tun können. Das. Durch. Das habe ich schon. Also irgendwas muss ich hier machen können. Das geht nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Freibringt mir nichts. Okay. Okay. So. Dann wieder. Oh. Wir sind schon richtig. Gut. Gut. Weil das da passt hier definitiv drauf. Dann kriegen wir einen Frosch. Und einen Brief. Okay. Brief gefunden. Jetzt müssen wir zurück in die Glocke tun. Genau. Und die Post benutzen. Bitteschön. Dann. Dann kriegen wir einen Beschlussteil. Okay. Dann reisen wir mal weiter. Also wir müssen wieder zurück. Jetzt kommt nämlich das was ich gemeint hatte. Hier fehlt mir noch der Hammer denke ich. Hier benötigt mehr als nur ein Werkzeug. Okay. Kein Werkzeug. So. Ich muss jetzt zurück in den düsteren Wald. So. Kann ich das Ei hier reinlegen? Ah ja. Gut. Das Teil hätte ich auch. Was haben wir hier? Ah da kann der Frosch drauf. Noch ein Teil von D. Eben. Und eine Platte. Was mit der noch auf sich hat weiß ich im Moment noch nicht. Aber das werden wir noch sehen. So. Aber in diesem Sinn bedanke ich mich bei euch wieder viel zu sehen. Ich hoffe ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Haut rein und genießt den Tag. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.